Im Suchen und Fragen, im Tasten und Strauchen bedrängt uns die Sorge, was ist schon ein Mensch? Der Mensch wird zur Frage, sich selbst und auch anderen, gibt es eine Zukunft, im Dunkeln ein Licht? Für wen haltet ihr mich, fragt Jesus die Menschen, denn Kirche gibt Antwort, mein Herr und mein Gott. Für wen haltet ihr mich, wir fragen einander, von Gott kommt die Antwort, du Mensch bist mein Bild, du Mensch bist mein Bild. Maria, die Mutter, schenkt Jesus das Leben und gibt ihn uns Menschen als einen von uns. Mit offenen Armen empfängt sie uns alle und zeigt uns das Kind als die Mitte der Zeit. Für wen haltet ihr mich, fragt Jesus die Menschen, die Kirche gibt Antwort, mein Herr und mein Gott. Für wen haltet ihr mich, wir fragen einander, von Gott kommt die Antwort, du Mensch bist mein Bild, du Mensch bist mein Bild. Der Herr wird Gefährte und Bruder der Menschen, durchlebt unsere Schwäche in Elend und Not. Für wen haltet ihr mich, wir fragen einander, von Gott kommt die Antwort, im Kind in der Krippe, zeigt Gott uns sein Wesen, als Liebe, die absteigt, um uns zu befreuen. Für wen haltet ihr mich, fragt Jesus die Menschen, die Kirche gibt Antwort, mein Herr und mein Gott. Für wen haltet ihr mich, wir fragen einander, von Gott kommt die Antwort, du Mensch bist mein Bild, du Mensch bist mein Bild. Johannes der Täufer, gibt Zeugnis für Christus, steht treu für die Wahrheit, im Leben und Tod. Bereitet die Wege, macht eben die Pfade, ihr dürft auf ihn zugehen, er tauft euch mit Geist. Für wen haltet ihr mich, wir fragen einander, von Gott kommt die Antwort, du Mensch bist mein Bild, du Mensch bist mein Bild. Der Herr und der Erlöser wird ganz für die Menschen, schenkt uns ein Erbarmen und richtet uns auf. Im Sterben zerreist er die Fesseln des Todes, in Ohnmacht und Liebe schenkt uns ein Wort. Für wen haltet ihr mich, wir fragen einander, von Gott kommt die Antwort, du Mensch bist mein Bild, du Mensch bist mein Bild. 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 Du Mensch bist mein Bild.